hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daddy shop news mit dem herrn sofort neben mir und mit mir dem herrn gleich jo leute wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr gerne mal auf abonnieren drücken die glocke aktivieren und einen daumen nach oben lassen und jetzt will ich sagen viel spaß mit dem video so leute ja wir schauen jetzt in den heutigen item shop rein und da ist einmal wieder der raven aber von mir zehn von zehn wie immer mega geile teil der raven und da haben wir auch super noten 4,48 von 5 bei 146 brotts april 2018 released so dann haben wir hier den den rabbit oder auch verwüstung auch ja verwüstung der rabbit ja was gibst du dem ich gebe dem 10 von 10 dem rabbit und auch hier mega geile noten 4,34 von 5 130 wo es auch august 2 auch so dann haben wir hier auch ich finde den so geil ich finde den wirklich cool ist eigentlich in diesem neuen lava paket auch drin der nicht so also mega geiles teil also in der schnabel kriegt von mir auch zehn von zehn die picke von dir auch ja das ist ja das ist hier der iron big die iron big so genau und die hat hier auch 4,38 von fünf bei 37 brotts und aber den gefiederten flieger hast sehe ich genauso verdient flyer sieben von zehn auch von mir das ding hier 4,39 von firmen dann sind wir hier durch mit dem pack dann sind wir beim taro und bei der nara so und was hältst du von dem bin ich auch mit bei 7 von 10 für taro ich mach dir nicht nach aber ist auch so meine meinung so da haben wir hier taro 4 von 5 bei 24 wozu man das ding ist erstmal im november 2018 das erste mal drin gewesen so dann haben wir die nara was gibst du der was gibst du der nara auf 6 von 10 so kriegt die nara kriegt 6 von 10 da haben wir hier momentan hier von mir geht zu sieben von zehn und hier haben wir vier von fünf bei 31 brotts so was haben wir hier in torwächter von mir sieben von zehn für den torwächter ich finde ihn nicht schlecht der schlechte sieben von zehn oder ich finde die eigentlich ganz gut gatekeeper leute eher meiner meinung 3,27 von fünf nö das ist ja ungefähr sieben zwischen 6 und 7 mal ein 6 punkte das ist zwischen 6 und 7 so der flughafen unser pokeball mit schuppen was gibst du denn doch guckte mal sieht aus in ein einfach nein magst du dich für den geil ich finde den geil da geht von mir neun von zehn der flug haben ja ich finde den cool neun von zwei ja ich finde den cool muss ich sagen 4,23 von 5 bei 13 wo es so ich finde den echt cool den pokeball ja hier waren wir jetzt eigentlich durch beim alles gab nur flug aber genau so dann haben wir einen den gucken uns dann später an so jetzt haben wir den sternen nachtflug ich krieg von mir sieben von zehn das gemälde das bist du also gut mit dem sonst was man von zehn aber nein 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 das stimmt nicht ich hab die letzten mal auch schon mehr dass da ja starry flight okay letzten mal auch schon so viel gegeben sieben gleich kann man sie warum sie machen so lange schon die daily shop serien wissen nicht wie es heißt noch englisch so nachtlicht finde ich nicht so toll kriegt von mir 6 von 10 von mir wäre nicht so toll 4 von 10 aber was ist denn heute mit dir los ist mir so voll auf krawall gebürstet so mega mild leute 3,67 von der gleich zum beispiel sagt bei mir in der sieben von zehn das ist bei mir einfach so eine 5 von zehn ist nur bei so 200 punkte 3,7 wieso ich habe dem jetzt weniger gegeben als dir so 3 also ich gebe dir mehr punkte so 3,6 nein mache ich nicht so also dann haben wir den rabats den steampunk kriegt von mir 7 von 10 der rabats wieso kann ich schon deine bewertung vorher sagen ruckus 3 von 5 23 wo am 4 november 2018 ist auch so cool du sagst du bei manchen war für 1200 wie wachsen ist man schon noch mal sagen wie viele wie wachs so haben wir den elektros wegen für 500 die wachs ich gebe den neuen von zehn im elektros wegen ich gebe dem mehr ich gebe dem neuen von zehn so alter vater 4,76 von 5 bei 76 wo am 22 oktober 2018 erst mal drin gewesen seitdem sieben mal 614 gemein dass das ist krass 614 gemein dass es wird dann haben wir den lied schwinger dieses geile diese mikrofon picket ich finde die echten nice gleich mit 8 von 10 gibt es sogar mehr ich gebe der sogar 9 von 10 systemal lied schwinger die eigentlich ich finde ja und wenn sie wenn wenn andere die schlecht bewerten dann ist es halt so ist ja und und weiter und weiter ich finde ich finde den mikrofon ständer finde ich cool wenn ich jemanden den mikrofon ständer wenn ich wenn du mal frech wirst tauscht ja auch das ding über die birne so mikrofond stände haben wir jetzt hier nicht aber wer hat ein kleines ein kleines mikrofondischen wer das los so ein lied schwinger so ziemlich schlecht abgeschnitten egal so und dann kommen wir last but not least zum neuen mode der fackel ja aber nicht jetzt in diesem video das mache ich dann in einem separaten video so ist der fackelwirbel mega geil finde ich das ding krieg von der 10 von 10 so lasst mal gucken gibt es denn dafür schon überhaupt eine benotung neurokurs ist der ding das ist diese wow wow nein das habe ich gemacht das habe ich gemacht so so also jetzt müssen wir hier noch mal drauf so und das ist das hier fünf von fünf bei drei votes so fünf reminders bis jetzt aber das ist ja erst ehrlich wurde am 30 märz 2009 10 ehrlich ist der wahnsinn sensationell seitdem das erste mal drin kratz oder aber hey leute wenn euch das video heute gefallen hat dann lasst man daumen nach oben da schreibt was in die kommentare aber nicht den kanal und schaut es nicht mal wieder an da ist fortnight daily shop news mit dem herrn sofort eventuell und mit mir dem herrn gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss ich freue mich auf euch